Ihr werdet es nicht sofort verstehen, dass ich mich so nach eurer Liebe seh'n. Doch in diesem Moment schau' ich dankbar zurück. Ich bin dieselbe, die ich einst war. Und ich sage euch gleich, zwar trage ich Seide und Sonnt, doch ich bleibe eine von euch. Mir war bestimmt vom Schicksal, den Weg zu gehen. Nein, ich wollte nicht nur im Schatten stehen und auf andere seh'n, die sich sonnten im Glück. Ich wollte frei sein. Ich sprach ihre Sprache und spielte ihr Spiel. Doch nichts hat mich jemals beehrt und niemals vergaß ich mein Ziel. Wein nicht um mich, Wolf-Rüdiger. Ich werde dich nie verlassen. Ich auch nicht. In schweren Zeiten, trotz Not und Schmerzen, lass einen Platz mir in deinem Herzen. Wenn ich auch Reichtum und Ruhm erwart, darauf kam es mir niemals an. Macht, Geld und Namen, was liegt schon daran, wenn ich all das verliere, solange nur eines mir bleibt, die liebe Mäuschen von dir. Na? Wein nicht um mich, Argentinien. Jetzt darfst du. Jetzt ich. Das macht er gut. Ich sage dir, ich werde dich nie verlassen, in schweren Zeiten, trotz Tod und Schmerzen. Nur lass mich leben in deinem Herzen. Mehr sag ich euch nicht, ihr wisst, dass ich große Reden nicht leiden mag. Ich auch nicht. Entschuldigung. Sieh mir nur ins Gesicht, du wirst darin sehen, dass ich die Wahrheit sei. Meine Kollegen, bitte zu mir auf die Bühne, Drew Serge und Sascha DiCaprio. Dankeschön. Und Rolf Rüdiger natürlich. Dankeschön. Einen großen Applaus für unsere Musicalstars der Vereinigten Bühne und Wiens. War das nicht? Dankeschön. Ja, das war wirklich prächtig. Der Rolf Rüdiger hat, das ist selten, aber er hat Gänsehaut als Ratte. Also das kommt selten vor. Er ist wirklich ganz begeistert gewesen. So ein Duett hat er noch nie erlebt. Haben wir auch nicht. Wir müssen jetzt was versprechen. Das könnten wir wiederholen. Robert Scheider, wir müssen uns das Musical unbedingt anschauen. Ja, das machen wir. Wir schauen uns Evita an. Ab nächster Woche spielt ihr wieder. Großartig. Und da gibt es noch was Neues. Jetzt gibt es so coole VIP-Tische vorne. Die können auch Familien zum Beispiel buchen. Also? Ja, gibt es jetzt neu. Das Theater wurde ein bisschen umgebaut. Bin schon gespannt, wie das ausschaut. Vor allem, ihr habt ja am Anfang so wilde Szenen.